Okay. Die Geschichte heißt, der Name der Geschichte ist die Zähne. Das sind die Zähne. Die Zähne. Okay? Die Zähne. Achtung. Zähne. Das ist der Mund. Ja? Das ist der Mund. Und im Mund sind die Zähne. Das sind die Zähne. Achtung. Oh, die. Das sind die Zähne. Das sind die Zähne. Ja? Das. Das ist ein Zahn. Ein Zahn. Und Zähne. Zwei Zähne. Drei Zähne. Vier Zähne. Ja? Oh. Das sind die Zähne. Die Zähne. Okay? Eines Tages. Eines Tages. Eines Tages ging. 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 Ja? Ging ich. Ich. Nicht ein Frosch. Nicht ein Junge. Nicht ein Mädchen. Ich. Eines Tages. Eines Tages. Ging ich. Ging ich. Nach Hause. Nach Hause. Ich ging. Nach Hause. Ja? In mein Zuhause. Guck mal. Ich ging. Nach Hause. Da. Sa. Da. Sa. Ja? Da. Sa. Ich. Einen. Mann. Einen Mann. Einen Mann. Ich bin eine Frau. Ja? Ich sah einen Mann. Achtung. Hier ist der Mann. Äh. In dein Haus. Einen Mann auf der Straße. Nicht in meinem Haus. Ja? Auf der Straße. Ich sah einen Mann. Ja? So. Hier ist der Mann. Mit einer Krawatte vielleicht. So. Ein Mann. Ja? Ich sah einen Mann. Ich sah einen Mann. Und ich fragte. 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 Ich fragte. Ich fragte. Ich. Wie spät ist es. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Hier mit einer Uhr. Ja. Ja? Zwöl. Drei. Sechs. Neun. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Ich fragte. Ich fragte den Mann. Wie spät ist es? Oh. Wie spät ist es? Nein. Ein Mann. Ein Mann. Ein Mann. Ein Mann. Auf der Straße. Ein Mann. Ein Mann. Ein Mann auf der Straße. Ja? Ich fragte. Ich fragte. Ich fragte. Wie spät ist es? Der Mann sagte. Es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr. Ja? Es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr. Ja? 8 Uhr. Ja? 8 Uhr. Abends. Ja? Es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr. Und der Mann grinste. Grinsen ist so. Grinsen. Der Mann grinste. Ja? In Englisch ist das so? Oder? Ja? Ja? Er grinste. Der Mann grinste. Und ich sah seine Zähne. Ich sah seine Zähne. Seine Zähne. Seine Zähne. Seine Zähne waren so lang. Sie waren so lang. Ah. Sie waren so lang. Ah. Sie, die Zähne waren 7 Zentimeter lang. Aber das ist nicht möglich. 7 Zentimeter. Das ist so. So. Nein. Das ist 10, 12 Zentimeter. 7 Zentimeter ist so. So lang. Seine Zähne waren so lang. Seine Zähne waren 7 Zentimeter lang. Ich sah. Ich sah. Ich sah die Zähne und... Ah. Ich rannte. Mich ging. Ich rannte. Rannte ist ganz, ganz schnell. Okay. This is kind of action. Ich rannte. Ich rannte weg. Ich rannte weg. Ich rannte weg. Ah. Uh. Uh. Okay. Dann ging ich. Und bald, bald in ein paar Minuten, ja, zwei Minuten, drei Minuten, bald, bald sah ich einen anderen Mann. Einen anderen Mann. Oh my God, from the camera it's so pretty. Einen anderen, einen anderen Mann, ja, ich sah einen anderen Mann, hier ist der andere Mann, Achtung, hier. So, hier ist der andere Mann. Ja, ich sah einen anderen Mann und fragte, ich fragte, wie spät ist es? Wie spät ist es? Der Mann sah zu mir und der Mann sagte, es ist 20.05 Uhr. Und der Mann grinst. Seine Zähne waren... Seine Zähne waren noch länger, sie waren noch länger. Sie waren noch länger, vielleicht waren sie 15 Zentimeter lang. 15 Zentimeter, das ist sehr lang, Achtung, 15 Zentimeter. Mh, wie spät ist es? Oh my God. Ja? Seine Zähne waren noch länger, ich schaute den Mann an und rannte weg. Ich rannte und rannte und sah einen anderen Mann. Ja, der dritte Mann, der dritte Mann, hier ist der dritte Mann. Der dritte Mann fragte, hey, warum, Achtung, der fragt, warum rennst du? Warum rennst du? Ich sagte, ich sah einen Mann und seine Zähne waren sieben Zentimeter lang. Und dann sah ich einen anderen Mann und die Zähne waren noch länger, 15 Zentimeter. Der Mann schaute mich an und sagte, das ist nichts. 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 Nein, das ist nichts. nichts. 15 cm, das ist nichts. Und der Mann grinste und sagte, ich habe so lange Zähne. Ich habe so lange Zähne. Ich sah den Mann und rannte bis ins Haus. Das ist das Ende. Ich habe so lange Zähne.